Oh jetzt Master Dummy gegen Master Dummy Pass auf Nein ich wollte hochspringen Hä was ist denn das Ich bin doch hoch Hammer Fängt sehr gut an der Part Erstmal herzlich willkommen Zu Arms Unseren dritten Part Global Test Punch Zweites Wochenende Letzte Woche konnte ich ja nur einen Kampf machen Einen aufnehmen Warte Leute Team Kampf aber was Neues Ins Schwarze heißt der Schauen wir mal was das ist Und zwar Okay naano Es sind es Es sind es alter der viel mehr crazy haben wir noch gedreht den match leute I am on fry coole sache ribbon girl 1 gegen 1 leute let's go oh das ist ja schade da angst ihr habt gott saft so 1 gegen 1 gegen wie heißt er rocker dreißig auch ich dich und k.o. what perfekt leute das ist ein schönes Bild so wieder gegen 1 gegen 1 Springman ist unser Gegner schauen wir mal jetzt ist wohl ein bisschen mehr auf Tasche wahrscheinlich sieht mir so aus what nein oh was hattet ihr meinen hab ich das jung läuft doch eigentlich macht das ja schon Bock das Spiel oder Teamkampf wir sind diesmal grün schauen wir mal was der Teamkollege da ist ja dann machen wir schon ein paar Punkte ist schon ne Weine dabei heute nein ich wurde doch K.O. immer wieder zu sehr angespannt und der Pet hat mich auch wieder schön gerasselt hm so Leute noch mal Kampf gegen den wie heißt er Headlock Aua Aua jetzt hat er uns warum 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 denn immer mich hat er hat er hat er auf nein hoch mit dir K.O. Oh man ja, kriege mein Wind Ganz knapp Oh man, ihr packt Leute Nietzsche leeeetcht Teamkampf schon wieder Orange gegen Green Wir sind Orange Mit unserer Mumie Nein Nein Nein, Mann, kaputt Jawohl Oh yes Sehr gut Leute Haben wir 38 Habe ich jetzt So Leute, nochmal eine Runde Basketball Ich würde sagen, das ist jetzt die vorletzte Runde Danach machen wir Schluss Ich muss an meinem Bett gehen Wer wisst ja, es ist 2 Uhr, hat das angefangen Nein Nein Nein, Mist Sehr gut Sehr gut Warum trifft denn der Oner Warum trifft denn der Oner Jawohl Oh, das war auch Für mich war das spannend gewesen Ich kriege hier noch eine Sehnscheid Entzündung Wurr 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 So Leute, nochmal ein One on One letzte Runde Natürlich nur wenn wir gewinnen Sonst müssen wir natürlich nur ein Rematch Gegen wen auch immer Aber danach hören wir auf Ich bedanke mich schonmal für das Zusehen Und wenn euch ein Video gefallen hat, lasst dann einen Daumen nach oben da Vielleicht noch ein Abo Und ja Ah Mist Nicht so viel labern Nein Nein Der springt hoch Meine, 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 meine Aktion Nee, geh mal Jawohl, war ja schon weit weg, hatte ich nicht gedacht Ja, da war ein bisschen gemein K.O. Leute, vielen Dank fürs Zusehen Ich verabschiede mich Macht's gut Ich wünsche euch eine gute Nacht Oder Mittag, Abend Wie auch immer Macht's gut Tschüss, ciao Auf Wiedersehen